Heute ist... Der erste Tag der Quallensaison. Also, sobald ihr den Trillerpfeife hört... Ach, Quallenfisch! Was wollte ich noch gleich? Dein Netz! Oh, danke. Ich hab da eins. Bleib zu, Herr Tadeus. Also gut. Eins, zwei... Oh, ich hab den Herd nicht ausgemacht. Patrick, wir haben überhaupt keinen Herd. Oh, worauf werden Sie denn? Sie sollen trillern! Ich soll? Lachen! Hm? Hm! Achtung! Spot Bob.com! Hier ist ein Anruf von deiner Mutter. im Büro von Camp Leiter Krabs. Ich wiederhole, deine Mutter ist am Telefon. Mama? Kowalmfelschen? Wow, das ist so wie in meinem Traum. Ja, ich hab eine. Hab ich dich. Hey, das hab ich für die Uni gespart. Diesmal hab ich eine gefangen. Das war meine Qualle. Oh, entschuldige, Kumpel. Warte, ich weiß. Ich halt sie dir hin und dann fängst du die Qualle. Du darfst nicht so viel nachdenken. Stell dich weiter nach vorne. Vorne? Beug die Knie, tief atmen. Nase putzen. Augen zusammenkneifen. Na, wo bleibt dein Quallengesicht? Zeig mir dein Quallengesicht. Das ist mein Quallengesicht. Ich bin der schlechteste Quallenfischer der Welt. Stimmt, denk hier mal dran, Spongebob. Das ganze Glitzerzeug ist es nur selten wert. Danke, Kumpel. Ich befolge deinen Rat. An seiner Stelle würde ich aufpassen und nicht barfuß im Rosenbeet spazieren gehen. Oh, ja, ich hab sie. Wow, guckt euch die an. Wow. Oh Mann, guckt euch meine an. Oh, guckt euch. Oh, guckt euch.